Dutzende Wrackteile russischer Raketen lagern in diesem Hof in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Hier, im Forschungsinstitut für forensische Expertise, werden sie zerlegt und die Bestandteile auf ihre Herkunft hin untersucht. Das sind Raketen des S-300-Systems. Sie wurden hierher gebracht, weil sie in Kharkiv, Dnipro und Zaporizhia eingesetzt wurden. Die Russen haben sie abgefeuert. Nach ukrainischen Angaben kommen 95 Prozent der sogenannten kritischen Komponenten der Geschosse aus dem Westen. Ungeachtete Sanktionen gegen Russland. Häufig werden sie mit Dual-Use-Gütern exportiert, also zivilen Waren, von denen Bauteile aber auch für militärische Zwecke umgenutzt werden können. Hier haben wir verschiedene Teile, tödliche Teile der russischen Schahed-Drohnen. Der Vergaser kommt aus Irland, die Iren haben ihn hergestellt. Russland ist auf den Import von Mikroelektronik und andere Hightech-Bauteile für seine Raketen angewiesen, weil die heimische Produktion nicht hochwertig genug ist. Eine Datenbank der ukrainischen Regierung listet ausländische Komponenten auf, die in russischen Waffen gefunden wurden. Die Bauteile sind mit Fotos und nach Ländern aufgeführt. Allein die Liste der deutschen Komponenten ist drei Seiten lang. Ein Wissenschaftler zeigt Bauteile einer Drohne. Was die elektronischen Komponenten angeht, so habe ich ja schon die Vereinigten Staaten, Taiwan, Singapur, die Schweiz, Deutschland und andere erwähnt. Was den Motor angeht, so ist eine Kopie eines guten, qualitativ hochwertigen Motors einer deutschen Firma. Sie haben eine gute Kopie gemacht, aber sie hat einen japanischen oder irischen Vergaser. Die Treibstoffschläuche kommen von einer bekannten französischen Firma. Die militärischen Forensiker analysieren die russischen Waffen im Auftrag der Untersuchungsbehörden. Gab es bei einem Angriff zivile Opfer, gehen die Ergebnisse auch in internationale Gerichte, die zu Kriegsverbrechen ermitteln. Und derartige ist die Mühe. Vielen Dank.